hallo und herzlich willkommen bei stil rising wir werden jetzt in unserer kutsche irgendwo hinfahren denn wir haben einige nebenaufträge bekommen wir brauchen nicht nach st claude zu gehen denn ach wir dürfen doch sollen wir doch nach st st claude reisen wir haben ja unserer madame unserer königin ein ein briefchen geschrieben und ja ich bin mir jetzt aber nicht so sicher ob wir jetzt überhaupt hier mit ihr reden können ich kann es mir nicht so richtig vorstellen allerdings haben wir da wir kommen hier nicht mehr weg wir kommen hier nicht mehr zu unserer königin tatsächlich hier ist überall zu von da kamen wir auch wenn es da drüben gegner sind tatsächlich aber wir kommen nicht mehr darüber sind oder das tor ist geschlossen warum ist das tor geschlossen wie kommen wir dahin weil da drüben ist ja das dorf wir müssen aber hier hin zurück tatsächlich aber wahrscheinlich kommen wir da erst irgendwann später hin weil also das spiel sagt mir ja immer recht stark wo man nicht hin soll und das hier soll man garantiert nicht machen oder wir haben so viel zeug dabei wie brauchen wir denn für ein level aber bevor ich hier rum stolper das müssen wir uns mal merken also da würde ich schon gerne mal hingehen aber ich weiß halt nicht wann und überhaupt verbesserung 12.100 nee da will ich nicht so viel zeug dazu nehmen darin reisen wir lieber wo an montmartre ist neu aber wir gehen mal nach les invalides die rei oh gott wir haben sehr viel zu tun hier war unser erster zwischenstopp das oder warst du leerieren ja ich weiß nicht mehr wir gehen aber hierhin ja wir haben sehr sehr viel zu tun hier diese doofe fliege die wir bestimmt auf meinen bildschirm kacken hier ist eine kleine fliege ich habe nichts mehr ich brauche es mal wieder kapseln tatsächlich hier geht es voll ab ok 13 meter das lager das lager ach wie soll ins lagerhausen zu tun dann machen wir das erst mal irgendwas hier los es ist von der bastille können wir nicht rein hier ist brennt licht die M. Lavoisier-Gunpowder wurde zur Bastille gebracht. Wenn man also direkt... Also das ist echt seltsam mit diesen Nebenaufgaben. Ähm... In der Bastille... Was mit Monsuel? Okay, Bastille. Äh... 78 Meter. Wo ist 78 Meter da? Jetzt fängt es aber schon wieder an. Da kommen wir noch nicht hin. Wir müssen außen rum. Das ist doch gar nichts. Soll ich denn da oben? Wir müssen hier wieder rein, leider Gottes. Aber wir haben den hier umgebracht, der hier war. Hoffe ich. Ach ne. Lasst mich. Ich bin nur durchreißen. So. Hm. Hier kommt mal wieder nicht rum. Wir müssen grundsätzlich erstmal wieder dorthin zurück, wo wir den anderen umgebracht haben. Die großen. Oh. Oh. Äh... Nö. So. Oh. Hallo der Herr. Wir müssen mal gucken, wie man hier wieder irgendwas macht. So. Äh... Hätten wir das. Hätten wir das? Hä? Hä? Ich erinnere mich. Und ich erinnere... Oh! Cool. Oh. Ah! Da kommt er direkt da noch. Lass uns erstmal hier hinsetzen, schnell. Dann haben wir nämlich hier unsere Festalinen. Er kann doch nicht wollen, dass wir das jetzt für uns zerstören, ey. Also nicht für uns, aber für die anderen. Nein, hier oben war das. Bin ja wieder vorbeigelaufen. Oh. Wie sie wieder einen Fall schon analysiert hat. Au. Au. Mann, Mann, Mann. Da kann man hoch. Kann man hier was aufschließen? Essenz eines edlen Geistes. Ja, da drüben kommen wir hin. Also da müssen wir jetzt eigentlich nicht hin, unbedingt. Also wir sind praktisch hier jetzt reingekommen. Wir setzen uns nochmal auf unsere Freundin drauf. Und dann gucken wir mal weiter. So. So. Oh. Eingang der Katakomben? Oh, das hieß die da noch. Oh, das ist die da noch. Au! Das hätt ich schüssen müssen. Au! Oh! Hä? Aber das ist doch ein Typ! Achso. Das Schlüssel zum Beinhaus. Okay, warum sind die auch hier bitte? Oh! Das hier ist ja alleine. Das ist doch ein Typ. 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 Jetzt wird das ganz zuSuSSIAN-DACCEN ausges purl delivery. Das ist so oft ein Typ. Das ist doch ein Typ. Das ist doch ein Typ. Das stimmt. Die Kabel ist ja nicht richtig. Ja, das liezen wir. Dann hört man nicht drauf. Ja, jetzt komme ich zu denen hier. Gut. Hui. Ich habe mich gerade gefragt, warum ich hier hoch soll. Das erklärt es aber nicht so richtig. Dafür nur, dass man da hoch geht. Ich würde gerne hier rauskommen, ohne den Endgegner zu haben. Ohne, dass irgendwo einer an der Decke klebt oder so. Die sind doch eher alle schon tot hier. Na, was ist da oben? Das leuchten sie. Hä? Da haben wir jemanden. Was ist denn er bitte für einer? Oh, warte mal. Au, die heilen sich. Hier ist der Gesichter. Oh. Ach du Scheiße. Oh, da drüben geht es noch was. Oh, da drüben geht es noch. Oh, das ist ja schon. Oh, das ist ja schon. Oh. Könnt mich mal. Nein, er hat mich nicht gesehen. Mein lieber Ehemann, deine getroffene, deine gebrachte Automatin wird scherben. Wenn du diese Zeilen liest, dann hat der Herr uns in seiner Gnade beide verschont und diese Kirche nicht zu unserem Grab gemacht. Aber mein Grab wird es jetzt. Entgehen werde unsere Tochter Germain im Hospiz der Barmherzigkeit von Saint-Sulpice aufsuchen. Wir werden dort auf dich warten, deine dich liebende, treue Frau Susanne. Vielleicht soll ich immer irgendwas nebenbei lesen, das klappt viel besser. Okay. Das ist ein Stadthaus, Mann. Hat er mal einen Haufen Kohle gehabt hier. Die Reiter finden. Ja, wir müssen jetzt mal die Reiter finden hier. Lassen Sie mich bitte alle in Ruhe. Ich wäre sehr, äh, ich würde mich sehr freuen darüber. Da hab ich das vergessen. Schengel. Da. Wo ist hier eine feste Linie? Wo ist hier eine feste Linie? Bin ich hierher gekommen? Hey. Ah, Kanal. Wir müssen auch noch in den Kanal gehen. Ich weiß nicht gerade, wo ich bin. Äh. Ich brauche eigentlich nur eine feste Linie. Äh. Ach, da unten ist da einer, oder? Hä? Nee. Irgendwie falsch gelaufen. Ich wollte doch gar nicht hin. Naja, egal. Jetzt sind wir hier. Jetzt hat das mal hier gespeichert. Wie viel brauche ich? 100 noch? Oder 120? Das können wir uns mal schnell gönnen. Wir haben auf jeden Fall einiges getan. Ähm. Wir müssen jetzt erstmal nehmen. Und etwas Kleines. Äh. Äh. Hier. Tja. Nun gut. Jetzt müssen wir wieder alles zurücklaufen. Wo war denn diese andere feste Linie? Ich hab die irgendwie verpasst. Nee, hier war ich auch falsch. Wo denn? Da kam er hoch. Die Reiter finden. Da drüben. Äh. Ja, da drüben ist man hin. Eindeutig. Ach, hier haben wir doch gekämpft, oder? War es hier? Ja, und hier haben wir dann dem Typ gesagt, hier, ähm, wir gehen mit dir mit. War natürlich doof. Jetzt muss man nämlich hier extra wieder hingehen. Aber finden wir jetzt hier irgendwas noch? Nee, gell? Das ist alles nur so ein anderes Zeug. Wir haben jetzt nachher noch ein bisschen was zu tun. Das werden wir aber hin. Obwohl. Da vorne sind die Reiter. Vorplatz. Ach, Veselina. Ist immer wieder schön, so ein Ding zu sehen. Ja, wir benutzen sie mal. Ich weiß immer noch nicht, ob das funktioniert. Oh. Hätten wir das? Da liegt ein Brief. Gut. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Abend. Bleibt gesund. Und bis morgen, wenn wir mal die Reiter wiederfinden und dieses Briefchen da hinten lesen werden. Und tschüss. 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 Vielen Dank.